Hallo, ich sitze hier auf dem Wedernplatz im schönen Wiesbadener Westend und möchte dich zu einem kleinen Spaziergang einladen. Während du entspannt am Bildschirm sitzen bleibst, nehme ich dich mit zu Bizeps, einer Beratungsstelle für Männer und Jungen ab 14. Die ist in der Langgasse 18. Let's go! Wir kennen das alle, das Leben läuft manchmal überhaupt nicht rund. Und früher oder später stehst du vor einer Situation, die schwierig ist, vielleicht sogar unlösbar scheint. Dann ist es wichtig, Leute zu haben, die einem helfen. Zum Beispiel Freunde oder Kollegen. Was aber, wenn auch denen nichts mehr einfällt. Oder du mit niemandem aus deinem Umfeld sprechen kannst oder willst. Alle Menschen stehen unter dem Druck, bestimmte Erwartungen erfüllen zu müssen. Und das kann zu einer großen Belastung werden. Wenn du über deine Rolle als Mann oder Junge sprechen möchtest, dann bist du bei Bizeps genau richtig. Wenn du immer wieder an deine Grenzen gerätst, wenn du manchmal das Gefühl hast, aus Wut die Kontrolle zu verlieren oder wenn du von Freunden oder Partnerinnen negative Rückmeldungen zu deinem Verhalten bekommst, dann kannst du dich an die Mitarbeiter bei Bizeps wenden. Auch wenn du Beziehungsprobleme hast oder Stress auf der Arbeit, weil du schnell ausflippst oder laut wirst, kann dir ein Coaching bei Bizeps helfen, mit bestimmten Situationen besser klar zu kommen. Ein Berater kann die Rolle eines persönlichen Trainers übernehmen, der dir über die nächsten Hürden hilft und dich dabei unterstützt, dich in eine gute Richtung weiterzuentwickeln. Vielleicht bist du gewalttätig geworden oder hast Fantasien, die dir Angst machen. Bei Bizeps wird man dir zuhören, ohne dich zu verurteilen und die Berater können dir dabei helfen, dich im Leben neu aufzustellen. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du eine Mail schreiben oder anrufen und eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Das Angebot ist kostenlos und die Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht. Alle Informationen findest du auch im Internet, wenn du auf der Seite www.vie-ev.de auf unsere Angebote klickst. Hallo, wer ist da? Hallo, die Mascha. Ja, sehr schön, komm so hoch. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, freu mich, danke. Hallo, freu mich, danke.